Okay. Dad, wo bist du? Dad? Ah, du sitzt da. Wie immer einmal ein Messer, Gewehr, das wollen wir. Pistole ist klar. Ja, Paps. Was gut sein soll. Dauert. Äh. Ach, Finte. Warum Brennstoff? Verbessert die Angriffsstoff. Ah, ich will aber auch nicht so viel. Ich probiere es einfach. Was? So. Dann wollen wir mal loslegen. Ähm. Noch nicht. Ach, mein. Ach, bis du in Bonnition haben wir auch nicht mal so viel. Ähm, na toll. So, dann wollen wir mal. Ja, ja. So, dann. Ah, na toll, das dauert Zeit. Aber das wäre ein guter Rückzugspunkt, wenn so viele Fischer hinter einen... Ach, ey. Sind. Nein, 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 nein. Komm. Lass mal glotzen. Einen Punkt hätten wir noch zum Feuillen. Glück auf. Daddy. So, ich hab mal die Musik ein bisschen leiser gemacht. Äh. Hier. Ich hab sie wieder lauter gemacht. Was zum Teufel ist das? Sorry, ich hab's nicht gelesen. Da brauchen wir den Grill dafür. Würd ich einfach sagen, gucken wir mal hier. Und hier werden garantiert viele kommen. Äh, haben wir hier irgendwas? Nö. Die sind auch wesentlich hartnäckiger jetzt, die Fischer. Der ist auch noch was. Gut, tot. Da kommen wir gar nicht lang. Renn nochmal, Mia. Gut, kommen wir nicht lang. Schön zu wissen. Dann dacken wir einfach... Grünkraut. Gebea, gebea. Und ob wir das schaffen? Auf. Super. Wo auch immer die grünen Tünen waren. Ach, verdammt. Das hab ich halt total vergessen. Ach, hier zum Beispiel. Ih, aus dem dreckigen Wasser geholt. Pistolenmunition bekommen wir Gott sei Dank auch wieder. Dann würde ich sagen, rennen wir schnell zu Papi wieder. Oben lang. Können wir schön gucken, wo die ganzen Gegner hier sind. Das ist zu. Das ist auch zu toll. Das ist ja nicht so toll. Mal sehen, ob wir das schaffen. Au. Oh, ich glaub, da ist irgendwas an uns. Gut. Der ist schon mal weg. Ich bin ja schon da. Paps. Guck mal hier. Guck mal da. Super. Hier kommen wir hin. Ich auch. Oh, ein dicker fetter Kuchen. Nein, jetzt verstehe ich's. Und tschüss. Ach, kommt. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, oh. Warum hab ich keinen Platz mehr? Ich hab nicht genügend Platz. Mit nichts, okay. Gut zu wissen. Ich hab dir gesagt, die soll's dir raus, die gehört mir! Oh, meinen Bambi ist nicht so nah, du Pfandlutscher! Okay, du mieses Stickscheiße! Ich bin... Was macht dir auf einmal hier? Ja, ja. Alter, hab ich mich verjagt, als sie gerade da standen. Gut. Tut, ich hab keine Ahnung, kaum so, wie du frisst es. Guten Appetit. Ich weiß, durch das Kombinieren könnte man jetzt was Besseres erreichen. Aber... Scheiß drauf. Okay, in der Sackkasse! Was? Und tschüss. Gut. Ich weiß nicht, ob unten im Keller noch was ist. Ja! Ah... Joachim! Guck... Joachim! Joachim! Oh... Ja... Joachim! Das ist wirklich schon geil gemacht. Ja, ganz toll. Gut, dann würde ich sagen, bringen wir erstmal den Eintopf zu Papi. Und gehen dann wieder zurück in die Küche. So, hier. Jep, da bekommst du. Irgendwie ist er ja knuffig, ich mag Google Pops. Im Gegensatz zu der anderen Familie. Ja. Super. Nichts. Dann einmal das, bitte. Du, ich hab hier absolut... Ach, Scheiß drauf. Ah ne, ich brauche Zeit. Gut, dann rennen wir wieder zurück. In der Hoffnung, dass wir Papi gleich glücklich machen können. So, schau mal. Ich bin vollgepackt. Was war das? Warum können wir nur zwei Sachen schleppen? So, ich dacke wieder hier lang. Hi. Äh. Können wir natürlich nicht kombinieren. Oh, Gewehr-Munition. Nicht genügend Platz. Pistolen-Munition. Na, nice. Ich ramme hier alles um. Und Papi haben wir auch gleich glücklich gemacht. Wusste ich gar nicht, dass wirklich die Gewürze auf das Essen kommen können. Aber man lernt immer dazu. Jetzt bekommst du gleich nur dieses... Sorry, Dad. Ich war nicht mit Absicht. Du brauchst so ein bisschen schon. Ich ignoriere jetzt einfach alle. Außer dem. Wie die Sterne ist genial. So, eine Runde rum. Eigentlich könnten wir mal nach oben dackeln. Machen wir gleich. Ob wir auch Roman Lukas begegnen. Trink. So, jeden Schnipperli. Jawohl. Was, du machst jetzt schon schlack? Dick bist du noch gar nicht. Ich wollte dich fett füttern. Jawohl. Wie, war das schlecht abgeschnitten? Oh, bin ich... Aber ich war schlecht, oder? Rang B im Haupthaus erreichen, um den Absicht... Ach nein, ich hab Rang... Oh, wir müssen das nochmal machen. Toll. Mal gucken. Rang B muss ich... Ist ja mal Volltitte. So, probieren wir nochmal. Es ist wirklich süß gemacht. Bon. Erste Hilfe. Häsier hätte ich gerne. Flinte... 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 Wird zwar scheiße werden, aber wir probieren's. Und los geht's. Auf geht's! Auf geht's! Ich versauere hier! Ich kann mich gleich nicht entscheiden, wo ich... Ich geh erstmal in die Küche. Erstmal hier. Na ja, wer macht er nur? Alles klar. Hi! Und tschüss! Und tschüss! So, dann wollen wir mal den dicken. Begeistern. Gut, alles ist auf. Ernsthaft hab ich so viel eingesammelt? Gut, dann haben wir schon mal... Ups! Das geschafft. Keine Zeit. Will ich auch nicht. Dich hab ich jetzt verkassiert. Super. Die sterben so niedlich. So, Pops. Stamm. Ich versauere hier! Das ist großartig. Mehr dabei! Ach herrje, ich muss hier noch abdürfen. So, Mutter ist tot. Macht Spaß, das. Oh, schade. Schon vorbei. Oh, ich hoffe, ihr hört jetzt den Wagen draußen nicht. Ist gerade ein bisschen lauter geworden bei mir. Kommt sofort, das ist nichts zum kombinieren. Ich hätte die Waffe gerne die ganze Zeit, dann würden wir auch schneller laufen. Ja, ja, guck mal. Was? Hab dich nicht so fressen. Ich hoffe, das wird jetzt keine Konsequenzen für uns haben. So, Kombination bitte einmal mit das. Sehr, Freundin, noch ein Schnäpperli dazwischen. Wir können nichts einsammeln. Tüte. Ja, das kommt davon, wenn man so viel im Gepäck hat. So, dann wieder zu Pups. So, Pupsi. Hier. Und noch was zu trinken dazu. Hm. Hunger hätte ich jetzt auch. Kommt sofort. Ich kann echt kein Bier einsammeln. Sattica. Ach, wisst du was? Brauche ich zwar nicht. Sattica. Alles klar. So. Gut. Dann tacken wir mal da wieder hin. Papa, wo sind denn die ganzen Gäste endlich hin? Sattica. Dann gehen wir in die Küche. Was ist das für ein Biss? Es hat deine Frau gekocht. Hallo? Und Lütschisch. Und Lütschisch. Habe dich nicht so. Gut. Ich habe nicht genügend Platz schon wieder. Ich will auf jeden Fall bitte B noch erreichen. Ich will nicht so. 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 Ja, das ist großartig. Wir sind so. Hallo? Mach auf. Danke. Also wir haben es ja eigentlich gleich geschafft. Gut. Jetzt nehme ich immer die F- Warum blinkerst du da oben? B. Also wir haben jetzt noch bis neun Zeit. Mach doch mal auf. Also bis neun haben wir Zeit um B noch zu erreichen. Hallo? Okay. Ja Junge, man ist schüchtern. Wer will nicht? Das ist doof. Nein. Ey, freut mich doch verarschen, nicht genügend Platz. Wir werden das schon wieder nicht schaffen. Ne, wir haben ja noch eine Minute. Naja, wenn es eine Minute ist. So, trink. So, wir haben noch ein paar Sekündchen Zeit. Ah, komm schon. Komm schon. Komm schon. Hoffentlich reicht das. Müssen die gerade jetzt die Straße sauber machen? Vielleicht haben wir Papa glücklich gemacht. Paar Absier. Ja. Du alte Schachtel. Ach, ich glaube nicht, dass ich noch mehr essen kann. Ich glaube, wir haben es geschafft. Jawoll. Wir sind auf B. Jep. Super. Drei Dinge haben wir noch. Schaffen wir das? Müssten wir ja. Okay. Wir nehmen ein Messerschien mit. Pistole, Gewehr. Gewehr. Ein, erste Hefe. Ich stopfe mich schon wieder voll. Äh, ich hoffe, wir sind auch richtig jetzt. Was, nur drei Schuss? Ist ja ungünstig. Und los geht's. Auf geht's. Auf geht's. Ja. Ja. Gut. Ach, herrje. gut. Ich bin weg. Tat weh. Äh, na. Wie viel Zeit da haben wir? Das ist großartig. Kann man denn das bitte schaffen? Ja. Oh. Ja. Ja. Was zum Teufel ist das? Wie soll man das schaffen? Aber war ja klar, dass es immer schwerer wird. Irgendwie. Was. Klar. Ich bin weg, Jungs. Äh. Ungünstig. Ich versauere hier. Ich versauere hier. Ja. Weißt du, ganz ehrlich, ob wir... Ach, scheiße. Ich komme nur mit einer Sache wieder. Ob wir das schaffen... Das ist großartig. Wir. Glaub ich eher nicht. Kann ich weitergehen? Nö. Ich hab jetzt ein... Was hab ich ein... Ich hab jetzt nur... Oh. Okay. So kurz gesagt... War das jetzt nur Munition? Die wir eingesammelt haben? Ach jo. Wir waren ja schon lange nicht mehr. Ich hab Angst, dass irgendwas jetzt... Oh, Moment. Hinter mir kommt. Schnauze. Äh, wie werden es, glaub ich... Nicht schaffen. Cool. Sättel. Ganzen Weg wieder zurück. Boni. Ja. War klar, dass er mich vollkotzt. Oh. Gut, der ist explodiert. Hier komme ich nie wieder hin. Äh... Wäre blöd, wenn ich da jetzt... Scheiße. Ganz ehrlich, ich werde es nicht schaffen. Ist das laut, ich hoffe ihr hört den Gehenkrach im Hintergrund nicht. Aber mein Headset... Der nimmt ja alles auf. Ah, Leute, ich glaub das wird nichts. Ah, fuck. Sorry, Dad. Hier. Ist nur Zucker. Schatzi. Es. Hm. Ich weiß, wir müssten die Dinger eigentlich kombinieren. Damit er... Mal hörschnellt mit seinen Gefäßigkeitspunkten. Ist auf, was ich auch immer aufgeschlossen habe. Ich habe keine Ahnung. Na, kommen die jetzt hier wieder, die Fettklöße? Nipp. Ach, Moment. Ich vergesse jedes Mal. Was? Autsch. Jep, Papa. Titte, wir werden das nicht schaffen. Ach, Moment. Ich glaube, das wird eindeutig... ...zu knapp. Ach, du sollst dich nicht schützen, du sollst rennen, Mädel. Das sind die Wege eindeutig. Kannst du mal schneller machen. Oh. Oh. Wie geht mir die ganze Zeit vor? Ah. Autsch. Gut. Ein Schadenspunkt. Klapp und Ess. Was zum Teufel ist das? Oh, ich habe ja keine Gewehrmunition mehr. Ist ja ungünstig, ne? Also, wie gesagt, ich glaube nicht mehr, dass wir das schaffen. Und sie wollen sie ja nicht. Gut, dann können wir hier eigentlich gehen. Weil die Tür noch zu war. Ah. Ne. Ich glaube, Papa wird gleich sauer. Papst wird gleich tierisch sauer sein. Weil er kein Futter hat. Und wir können... ...daran nichts ändern. Okay. Dann gebe ich ihnen den letzten... ...Schwunk. Gut. Okay, Mia geht's wieder gut. Das schaffen wir nicht mehr. Das schaffen wir nicht mehr. Das ist aber auch alles zu hier. Mist. Und Zeit abgelaufen. Ja, toll. Ach, die Musik ist ja auch geil. Recht, Zeit, Null. Wie sind es? Okay. Okay, Leute. Ich werde hier einen Cut machen. Ich weiß nicht, ob ich das mit euch weiterzocken werde. Oder ob ich das offline mache. Wir werden es jedenfalls sehen. Wenn ihr das unbedingt wollt, werde ich das dann machen. Wenn nicht, dann sehen wir uns bei dem nächsten DLC. Das müsste mit Chris sein, wenn ich das richtig weiß. Naja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, Leute. Bis dann.